Wir nennen ihn ab jetzt nicht Cerberus, wir nennen ihn in dieser Season einfach Bobby. Habt ihr ein Problem damit? So Bobby, komm. Komm an die Leine zurück. Komm mit deinem Körbchen. Wir haben es geschafft, man. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Pünktlich zum Start der neuen Fortnite-Season versuchen wir heute mal den ersten epischen Sieg zu holen. Der Grind ist absolut real. Wenn du mich kostenlos supporten willst, dann gerne Creator Code Wannabe im Item Shop benutzen. Oh mein Gott, Ladies and Gentlemen, willkommen in Fortnite-Season 2, der Götter-Season. Ich habe mich heute mal für den guten Hades hier entschieden. In der ersten Runde, die ich gespielt habe, habe ich mich für Zeus entschieden. Aber das ging nicht so gut aus. Heute werden wir es mal mit Hades versuchen. Und guckt euch mal bitte diesen Big Baba Bubu geilen Gleiter an. Das ist doch einfach nur geisteskrank. Ich werde jetzt hier jeden aufmischen. Es ist das erste Mal, dass ich in der Unterwelt hier lande. Oh, da ist schon der andere. Was machst du denn hier, mein Freund? Ich glaube, du würdest gleich draufgehen. Kann das sein? Oh Gott, wenn er die Waffe kriegt, bin ich tot. Nein. Lass mich leben, Alter. Spaß, Spaß, Spaß. Alles im Griff. Hinten landet auch noch einer. Wo ist denn der Habubi jetzt hin? Hey, Freunde, ich bin's. Der gute alte Hades. Ich bin wieder zu Hause. Oh Gott, was war das denn gerade? Das war irgendwas, was auch aus der Hölle kam. Hä? Ist da irgendwo einer? Brauchst du Steine ab, Alter? Ach, da bist du ja, Junge. Hä? Spielst du jetzt Jim Knopf oder was? Ich glaube, ich verliere mich gleich. Aber ich wollte ihm eigentlich was zeigen. Egal, mache ich mit dem anderen jetzt. Hier müsste eigentlich noch mindestens einer gewesen sein. Ich hoffe noch nicht, dass er den Boss gekillt hat. Oh, der gute Sachmann starb. Geh mal kurz drauf. Sehr gut, weil ich will dir kurz was zeigen. Und zwar kurz E-Boat einsetzen und uns in eine Giga-Version verwandeln. Okay, gefällt ihm irgendwie überhaupt nicht. Aber mir gefällt es auf jeden Fall. Sieht Big Bababoo geil aus. Uh, er hat die Sniper am Start. Sniper ist übrigens immer noch in Fortnite drin. Und sie sind immer noch eine Macht. Auch wenn ich damit nicht treffe. Okay. Der nächste ist down, Mann. Was passiert hier eigentlich? Immer wenn ich einen Kill mache, kommen so komische Sounds irgendwie. Ich glaube, Hades frisst die Seelen einfach. Anders kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Uh, was finden wir denn hier? Die Zeus-Fähigkeit. Uh, das ist ja richtig geil. Hades klaut einfach Fähigkeit von Zeus. Wo ist der überhaupt, der Hades? Onkel Hades, komm mal raus. Ich will deine Fähigkeiten haben. Oh, da ist einer. Gleich nicht mehr. Zeit, dass du drauf gehst. Oh Gott. Ich habe da nur Spaß gemacht, Alter. Uh, 140 zockt das Ganze ab. Oh, da ist noch einer. Sniperino. Und Top-Shostino einfach. So sieht es hier also aus. Alter, ich habe schon ein bisschen Angst irgendwie gerade. Ich will mich mal kurz auf den Platz draufsetzen. Von guten Hades. Und einfach mal so tun, als ich... Hä? Einfach mal so tun. Lol. Wieso kann ich mich teleportieren? Teleportieren? Hä? War das jetzt die Anzahl der Kills gleich Teleportations? Ist das Pay-to-Win? Was war das gerade? Aha. Das liegt an dem Ding hier, glaube ich. Wenn wir in diesem komischen Juice hier drin sind, dann können wir einfach teleportieren. Ey, wie geil ist das denn bitte? Ich dachte gerade, ich wäre für kurze Zeit irgendwie der Main-Correcter. Ich habe mich aber irgendwie gehört. Schade, Mann. So, ich will jetzt hier auf meinen Platz drauf. Einmal kurz hier drauf. Das machen wir weg. So sieht das also aus, wenn man die Unterwelt kontrolliert. Noch Fragen, Leute? Falls ihr das Video nicht liked und den Kanal abonniert und den Crater-Code eingebt, dann... Dann lasse ich euch auch nicht mehr gehen, Mann. Ganz einfach. Dann bleibt ihr hier. Ihr habt jetzt drei Sekunden Zeit. Eins, zwei, zweieinhalb, zwei, dreiviertel. Ja, das haben wir noch nicht gemacht, ne, ihr kleinen Schlängel? Ich weiß doch genau. Wir werden jetzt auf jeden Fall Hades aktivieren. Und ich habe ein bisschen Angst. Hades herausfordern. Oh, oh. Hallo, wo bist du? Der taucht wirklich auf seinen Platz auf. Gänsehaut. Da will wohl jemand in mein Reich. Okay. Lol, die Wachen kommen hier als erstes raus. Okay, das ist krass, Mann. Das ist unterschiedlich zu Zeus auf jeden Fall. Wusste ich gar nicht. Dann kehren wir halt erst diese Wachen hier. Ey, diese Waffe ist so geil, die neue, ne? Diese Kriegsschmiede-Stumgewehrwaffe. Absolute Liebe hier. Weil mit diesem Teil, was hier drauf ist. Übertreibt doch nicht, du. Oh, Leute, steckt den einfach. Okay, er spielt ein bisschen mit mir. Erste Ladung. Erste Ladung kaputt. Zweite Ladung auch. Jetzt kommt der Boss runter. Ich habe was für dich, Hades. Guck mal hier. Habe ich von Zeus geklaut. Boah, er spart neue Wachen. Kleine 31er. Okay, damit müsste Hades wahrscheinlicherweise schwerer zu killen sein. Als der gute Zeus-Reno. Oh, die Zone kommt vielleicht auch schon. Lass uns ein bisschen beeilen. Lass uns kurz ein bisschen rauf gehen. Da hält nicht so viel aus. Das finde ich gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den alleine besiegen kann. Wo ist der hier hin? Da vorne. Bezeit für ein paar Headshot-Snipe. So griffig eh nicht bis dahinten. Haha. Was willst du machen, Alter? Geh mal wieder die Hölle zurück. So, wir haben ihn einfach. Was droppt der? Sein Medaillon. Das Geile ist, dass Medaillon macht einfach den Seifen-Effekt. Was ist das hier? Hades-Vorboten-Maschinenpistole. Cool, Mann. Cool, cool, cool. Hast du sonst nichts gedroppt? Hö? Ich finde es geil hier, Mann. Ich würde auch hier bleiben, aber die Zone sagt leider nein. Wir müssen jetzt abhauen. Warum hast du keine Wings oder so dabei gehabt? Da ist ja halt auch kein Engel, ne? Das nehmen wir noch mit und dann verabschieden wir uns. Wobei, ich bin nicht ganz sicher. Wir sollten das hier auch noch mitnehmen. Wie weit muss ich jetzt gehen? Ich will jetzt eigentlich sehr, sehr gerne als nächstes noch zum dreiköpfigen Hund gehen, weil den habe ich auch noch gar nicht gesehen. Stimmt, wir können noch ein bisschen porten. Wir brauchen mehr von dem Zeug hier. Medikit? Laufpacks, noch besser. Geil, dass die wieder drin in Fortnite sind. I love it einfach. Das tauschen wir kurz ein bisschen aus. Und weiter geht die wilde Fahrt. Ich sage euch jetzt schon, ne? Die ersten Tage werden wild werden mit den ganzen neuen Sachen. Aber ich freue mich schon auf das erste Fortnite-Update, weil ich glaube, das wird richtig heftig werden. Die werden uns wahrscheinlich einen neuen Gott schenken und möglicherweise sogar eine Map-Änderung. Ich glaube, dass Poseidon irgendwann auch auf die Fortnite-Karte kommen wird und dann einfach Atlantis loslässt. Aber warten wir das Ganze mal ab. Oh, hier sind Leute gestorben. Aber hier sollten wir ein bisschen aufpassen. Wir sollten ein bisschen zusammenreißen. Ich bin zwar Hades, der Gott der Unterwelt, aber ich war noch nie hier. Auch wenn das nicht so aussieht. Silvaz, ich chill jetzt hier erstmal. Geil, dass Flowberry Riss auch noch immer am Start ist. So, danke, danke. Wir killen den sowieso nicht so schnell. Was steht da? Lass mich zerreißen. Was machst du denn da hinten? Hast du ein bisschen Schiss? Du bist dem doch gar nicht gewachsen, Junge. Ich kümmere mich jetzt um den. Komm her, Hasso. Bobby, komm her. Und zurück, Bobby. Mach jetzt kein Auge. Ich glaube, hier ist sogar noch irgendwo einer. Alter, okay, Bobby, rass richtig aus. Wir nennen ihn ab jetzt nicht Cerberus, wir nennen ihn in dieser Season einfach Bobby. Habt ihr ein Problem damit? So, Bobby, komm. Komm mal an die Leine zurück. Komm mit deinem Körbchen. Wir haben es geschafft, Mann. Der droppt aber eine richtig geile Pumpgun. Ich weiß gar nicht, was das Ding hier bewirkt. Rase durch die Geisterwelt. Erhalte im Laufe der Zeit Aufladung für Unterweltsprint, wo du durch... Wo du durch... Was? Wodurch du dich kurzzeitig sehr schnell fortbewegen kannst. Deine Position wird auf der Karte angezeigt. Okay. Ey, dieses Season ist so big, ne? Komm, da hinten ist einer. Nein, mein Sniper ist leer. Willst du die neue austesten? Weißt du was? Du kriegst einen Blitz, Alter. Mach kein Auge hier. Jetzt werde ich richtig sauer. Den habe ich direkt einfach in die Unterwelt geschickt. Tja, moin, moin. Uh, was finde ich denn hier? Ja, das können wir jetzt leider nicht mitnehmen. Braucht die Flügel. Muss hier leider ausweichen. Noch ein bisschen neuen Strudel mitnehmen. Und dann ab die Fahrt. Mann, das ist ein geiles Gebiet hier mit dem Teleportieren. Die ganze Zeit gefällt mir. Das hat Fortnite richtig, richtig gut auf jeden Fall gemacht. Warum sind wir jetzt schon wie vorne? Guck mal bitte, was mit dem Arm passiert ist. Mit Ruhe geht es auch gar nicht gut, glaube ich. Ich checke aber nicht, warum die wieder zu ist. Naja, egal. Sollen wir eine Runde fliegen? Komm, wir fliegen eine Runde. Ich hebe ab. Nur die Wings halten mich vom Boden fern. Da ist sogar einer. Es wird Zeit für eine Attacke. Er weiß noch nichts von seinem Glück. Wir machen die Booster-Attacke. Und Sturzflug. Und ich treffe einfach nicht. Hey, Bro. Was machst du denn hier? Du hast ja gar keine Chance. Du armes Wesen, Mann. Wenn du hier so ein Gott bist, ist es halt auch stark, ne? Kann ich mich jetzt eigentlich die ganze Zeit weiter teleportieren? Ah, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Diese Fähigkeit, die wir gerade anscheinend hatten. Die habe ich anscheinend durch das Medaillon auch die ganze Zeit. Man sieht das anhand der Totenköpfe hier. Die einfach aufgeladen werden. Oder sollen das Cerberus-Köpfe sein? Ne, sind Totenköpfe. Das war Fight Nummer 2. Tot. Uh. Wir haben es gerade live erlebt, wie es wirklich funktionieren kann. Bleib hier, Junge. Ich habe ein bisschen Angst, dass es viel abzieht. Teleport. 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 Teleport ist kein Support. Ich war jetzt nicht so witzig, wie ich gedacht habe. Er ist relativ gut im Bauen, muss man sagen. Aber ansonsten ist er eine komplette Banane, glaube ich. Du bist zu stark, um am Leben zu bleiben. Augemacher von hinten. Alter. Sein Teammate ist auch noch hier. Jetzt geht es von allen Seiten hier Ärger. Ich habe eine Idee. Teleport, Teleport. Alter, wie viele kommen hier? Wir werden jetzt gleich mal seine SMG einsetzen. Ist das denn geil? Ein bisschen AR-mäßig aus, irgendwie. Obwohl das eine Maschinenpistole ist. Damit haben die Gegner, glaube ich, keine Chance. Boah, das ist voll unfair mit dem Sipheneffekt. Komm, zieh mir mal was. Komm schon, das ist voll unfair mit dem Sipheneffekt. Der eine soll mir gleich mal ein bisschen was abziehen. Ja, komm her. Schieß mal auf mich. Schieß doch. Ja, wenn du nicht willst, hast du schon. Was soll ich da machen einfach? Solche Zeitbestunde warten auf dich, oder was? Boah, hier ging es ja richtig ab. Ich sage doch, das Gebiet hier ist immer noch krank. Was ich noch nicht gefunden habe, ist auf jeden Fall dieser Baum mit den goldenen Äpfeln. Und ich glaube, goldene Bananen gibt es auf jeden Fall auch noch nicht. Aber ich schätze mal, das wird einfach alles mit den Updates reinkommen. Die fliegende Insel hat sich nicht verändert. Ich bin schon ein bisschen ertäuscht, Mann, ne? Also ich hätte eigentlich gedacht, dass die fliegende Insel der neue Olymp- Ort ist. Hat sich ja anscheinend nicht so ergeben. Also wenn wir ein bisschen rumfliegen, ist es eigentlich relativ einfach. Mit der Leertaste könnt ihr nach oben. Ihr könnt diesen Sturzflug hier machen. Dann könnt ihr mega Big Barber Bubu-Schaden machen. Oder aber ihr könnt direkt einen Sturzflug machen, wie hier. Hier geht es gerade nicht. Wir müssen kurz nach oben. Und dann einfach nach unten. Problem ist halt, wir entladen uns ziemlich, ziemlich stark. Das heißt, diese Wings gehen auch sehr schnell kaputt. Muss man ein bisschen aufpassen, auf jeden Fall. Aber ich komme langsam rein in die Fortnite-Season. Ich glaube, auf der Insel hat sich hier nicht viel verändert. Kann das sein? Kann man auch ganz normal einnehmen. Bin ich aber gar nicht schlecht. Ich mag die Fortnite-Karte irgendwie von Kapitel 5. Ist auf jeden Fall eine der besseren wieder. Und mit diesen Updates hier ist die Giga geil geworden. Wo sind meine Feinde hier? Ich will euch ausknipsen. Ich habe einfach so ein geiles Loadout hier am Start. Frage ist nur, wo die ganzen Gegner sind. Als ob die da hinten alle fighten. Uh, die werden angeschossen. Mayday, Mayday. Der Adler geht runter. Bitte gehen Sie. So, der geht ja wirklich. Weg. Auch weg. Was geht hier ab, Mann? Typheneffekt. Du bist der Beste. Auch wenn ich dich gar nicht brauche gerade irgendwie. Keiner schießt auf mich. Könnte das eine 20er-Bomb werden mit epischem Sieg am Ende? Oh, wenn ich den jetzt getroffen hätte, ne? Komm, wir gehen nach oben mit den Wings. Junge, 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 ey. Ich will einmal diesen Sturzflug einsetzen. Er weiß noch nichts. Aber er wird lernen. Nein. Gott, ich kann es einfach nicht. Oh, diese Pumpkanne ist so stark, ne, mythisch. Die ist so gigastark. Das ist die... Oh, oh. Neue stärkste Pumpkanne im Spiel. Ich sage es euch. Bei Fahr einfach. Definitiv. Wenn ihr die irgendwie kriegen könnt, dann holt sie euch. Neue Gegner noch am Leben. Ich sage euch ehrlich, die Runde könnte für mich auch noch ein bisschen länger dauern. Ich finde es so geil. Ich hoffe, zum Zugucken ist es auch cool. Hey, Lami, B ist ja gar nicht verschwunden. Ich dachte, du wärst jetzt ein göttliches Lama geworden. Ich habe mich ja komplett geirrt. Schade, Lama. Hast du irgendwas Geiles dabei? Oh. Ist schon tot. Zoe? Wie viel sind das? Ach, Lama, Mann. Du lohnt es einfach gar nicht mehr. Es ist voll traurig geworden. Damals hattest du Saufkanone dabei. Raketenmunition. Guck dich jetzt an. Zwei Saufpacks noch. Das ist doch einfach nur traurig. Was man halt auf jeden Fall sagen muss. Das Hyphen-Medaillon finde ich auf jeden Fall am allerbesten, glaube ich. Ich habe das von Zeus jetzt auch schon getestet. Dadurch kann man ja schneller laufen. Es sind wieder so viele Gegner, Mann. Das mit dem Teleportieren finde ich ganz nett. Aber ich finde es irgendwie zu wenig. Vielleicht sollte man fünf Aufladungen haben. Und ich glaube, das vierte. Ich weiß gar nicht, wo sich das befindet. Das habe ich noch gar nicht gefunden. Wir müssen mal in die Kampfarena gehen. Da muss ich das auf jeden Fall auch nochmal austesten. Mal gucken, was das bewirkt. Falls es überhaupt schon im Spiel dran ist. Hoffentlich zumindest. Vier Gegner noch am Leben. Das ist alles nur Banta-Futter gerade, Leute. Ah, das ist einfach zu stark. Kann ich mich nicht zurückverwandeln? Wer sollte das machen, Mann? Die Version ist gegen die andere. Einfach voll langweilig. Oh, oh, das sind die Gegner. Mal schnell. Jetzt wird geknallt, Freunde. Gut. Alter, ich treffe hier jeden Hit einfach. Schnell nach oben. Boost können wir nicht einsetzen. Boah, ich schieße schon auf Milch. Schnell nach oben. Oh nein. Wir gehen runter. Mayday. Kein Auge, Junge. Ich habe die Giga-Pump-Gun am Start. So, du hältst jetzt den Bubble, Alter. Die letzten beiden Gegner. Jetzt kommt es drauf an. Was ist das bitte für eine stabile Runde geworden? Hätte ich ja niemals gedacht. Viel besser als meine erste Runde. Wie sieht eigentlich der Zug in dieser Fortnite-Season aus? Hat der sich irgendwie verändert? Das ist safe eh nicht. Nö. Das ist eins zu eins derselbe wie vorher. Ich habe aber auch nichts anderes erwartet. Oh, da sind die letzten beiden. Er sieht mich nicht. Aber er hört mich jetzt gleich. Oh, er hat die Zeus-Fähigkeit. Das könnte ein bisschen schmerzhaft werden. Alter, der dreht ja komplett durch. Ich muss mal schnell in die Zone rein. Ich glaube, diese kleinen Bären gibt es aber nicht mehr. Kann das sein? Macht den Ort hier ein bisschen unnötig. Okay, die gibt es doch noch. Dann habe ich nichts gesagt. Da ist der erste. Boah, let's go. Meine Güte, Junge. Direkt ins Gesicht rein. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, kostenlos ein Like und ein Abo dalassen. Am besten sogar Glocke aktivieren. Und wenn ihr schon dabei seid, Creator Code Water Beam Item Shop benutzen. Danke auf jeden Fall an jeden, der es macht. Bis zum nächsten Mal.